Ja, fangen wir mal mit dem schönsten Instrument an, an der Linksaußenseite. Ich weiß nicht, ob ihr das von der Kamera hinbekommt, dass man auch den schönen Menschen mit seinem schönen Instrument sieht. Das ist der Rudi Schießl am Kontrabass und daneben mit einer wunderbaren Gitarre. Ihr schaut mich an. Ja, genau, jetzt habt ihr das. Daneben ein genauso schönes Instrument, der Christian Zelte, an der Gitarre. Und für euch extra im Studio mitgebracht, Custom-Made-Set, damit es nicht so laut ist und klein und übersichtlich. Klingt super, seitdem, wir nehmen es jetzt nur noch, der Dennis Meierding am Schlagzeug. Okay, und die drei werden jetzt die Henni unterstützen, die jetzt ihren Song für uns performen. Dafür ist es der Song, den du auch gesungen hast, jetzt beim Preis? Genau, A Tisket A Tesket heißt der. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Henni, dein Auftritt, bitteschön. A Tisket A Tesket A brown and yellow basket I bought a basket for my mummy On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it, I dropped it Yes, on the way I dropped it A little girl, they picked it up and put it in her pocket She was rockin' on down the avenue without a single thing to do She was pack, pack, packin' all around when she bited off the ground She took it, she took it, my little yellow basket And when she doesn't bring it back, I think that I will die She took it, my little boy, she picked it up and put it in her pocket She took it, she traded it, she neat She took it, she competed it Musik 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 Berechtigt gewonnen, kann ich dazu nur sagen.